Die DHV-News vom 17. November 2023. Cannabis-Gesetz verschoben und verändert. DHV-Umfrage Infratest DIMAP 2023. DHV-News vom 17. November 2023. Und haben zur Feier der 400. Ausgabe tief in die technische Trickkiste gegriffen und alles getan, um euch diesmal ein optisch besonderes Leckerchen zu bieten hier in dieser Ausgabe. Mal was anderes, mal was besonderes. 400. Ausgabe, super Sache. Als Vorbemerkung sonst noch habe ich einen Video-Hinweis. Es gibt ein neues Interview mit mir im Taxi. Tatsächlich habe ich gestern noch mal gedacht, das ist das erste Interview, das ich in einem Auto geführt habe. Im Fernsehen sieht man ja schon mal, dass Leute im Auto interviewt werden. Mir ist noch nicht passiert. Bis jetzt, wo mich Tobi von Hanfner im Taxi für Legalisierung befragt hat. Ja, es ist ein schönes Gespräch geworden. Finde ich jedenfalls. Habe ich mir gerne noch mal im Nachhinein angeschaut. Und habe es verlinkt in der Videobeschreibung. Guckt euch das mal an. Dann muss ich mich noch mal bedanken bei allen hier. Ja, ich habe in der letzten Ausgabe noch mal dazu aufgerufen, den Hanfverband zu unterstützen, weil es nach wie vor wichtig ist, dass es eine Interessenvertretung für Cannabiskonsumenten gibt im Bundestag und in der Öffentlichkeit und so weiter. Und das haben viele tatsächlich gemacht. Wir haben seitdem über 100 neue Fördermitglieder reinbekommen beim Hanfverband. Das war jetzt auch dringend nötig, weil wir das Jahr über auch schwund hatten. Wir haben wie viele andere NGOs auch ein bisschen nachlassende Spendenbereitschaft. Das ist nicht nur bei uns so. Hat halt mit den ganzen Krisen zu tun, in denen wir uns gerade befinden. Und vielleicht denken auch viele Leute, die Sache ist schon gegessen. Aber es bleibt ein zäher Kampf. Und offensichtlich hat viele überzeugt, was wir da gemacht haben in den letzten Wochen. Angefangen mit unserer schriftlichen Stellungnahme, die ich auch nochmal verlinkt habe in der Videobeschreibung hier, wo wir auch viel Lob für gekriegt haben, weil wir an viele Punkte gedacht haben, die an vielen anderen Stellungnahmen eben nicht drinstehen. Uns relativ umfangreich und umfassend mit der ganzen Sache auseinandergesetzt haben und das verständlich rübergebracht haben an den Punkten, wo es nicht funktioniert. Und in der Anhörung selbst ist es dann auch super gelaufen. Ich habe viele Fragen gekriegt, tatsächlich zum ersten Mal von allen einzelnen Fraktionen im Bundestag Fragen bekommen in dieser Anhörung. Hat es vorher auch noch nie gegeben so. Und insofern war ich da recht präsent. Und das Video haben sich schon über 140.000 Leute angeguckt. Unglaublicherweise so eine trockene Anhörung da im Bundestag. Wahrscheinlich auch noch nie vorgekommen. Also auch da gerne nochmal reingucken, wer das noch nicht gesehen hat, falls da draußen noch irgendwelche Leute sind, die es noch nicht gesehen haben. Auch super, tolles Feedback dazu. Auch dafür nochmal danke. Ja, das macht dann auch immer Spaß, da mal zu lesen, wenn die Leute was gut finden. Und die ganze Anhörung lohnt sich auch nochmal zu gucken, für die super Nerds, die genau wissen wollen, war natürlich nicht nur ich da in dieser Anhörung als Vertreter der Legalizeit-Seite, sondern zum Beispiel auch der Sprecher vom Schildauer Kreis, Bernd Berse oder Steffen Geier vom CSC-Dachverband. Die könnt ihr euch nochmal angucken in dem ganzen Video. Ist verlinkt in der Videobeschreibung. Und wenn ihr jetzt noch überlegt, uns zu unterstützen und das weiter zu befeuern, unsere Arbeit, vielleicht wollt ihr es auch im Rahmen unserer Weihnachtsspendekampagne machen, geht es am 1.12. wieder los. Das muss traditionell wie jedes Jahr die, die in dieser Zeit neu Fördermitglied werden, sich anmelden, können tolle Preise gewinnen. Mehr Infos dazu gibt es bald. Auf jeden Fall zum 1.12. geht es damit wieder los. So, jetzt aber zum Thema, was alle interessiert, was allen auf den Nägeln brennt und so weiter, wo alle mal hören wollen, was ich jetzt dazu zu sagen habe, nämlich Cannabis-Gesetz verschoben und auch verändert. Ursprünglich soll die zweite Lesung, zweite und dritte Lesung, wie das halt heißt, letztendlich die Entscheidung schon über das Cannabis-Gesetz im Bundestag, die endgültige Entscheidung am 16. oder 17. November stattfinden. Also heute möglicherweise, ja, heute ist ja 17. November, aber in dieser Woche ist halt bekannt geworden, es wurde verschoben, haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mitgekriegt, ging auch durch die Medien. Und ich habe ja hier immer schon gesagt, dass das ein sehr ambitionierter Zeitplan ist. Ich habe nie so richtig daran geglaubt, dass die das wirklich hinkriegen, ja, insbesondere auch die Zeit zwischen der Anhörung, 6. November und dem endgültigen Beschluss, 16. November, nur 10 Tage bei all den vielen Baustellen, die in dem Gesetz noch drin sind und dem vielen Änderungsbedarf, den wir selber noch sehen, den wir selber eingefordert haben, ja, recht erfolgreich jetzt eben auch in dieser Zeit, jetzt die letzten zwei Wochen, die ganzen Themen gesetzt haben, die halt dieses Gesetz unpraktikabel machen, ja, zum Beispiel ein Eigenanbau mit 25 Gramm Obergrenze halt vollkommen unmöglich ist. Das heißt, wir haben auch eingefordert, dass da nochmal rangegangen wird an das Gesetz und dann ist es halt nicht möglich gewesen, das jetzt sofort zu verabschieden, wie eigentlich ursprünglich geplant. Ja, kann man natürlich schimpfen, weil die sich nicht viel früher schon geeinigt haben und so weiter, klar. Ja, aber offensichtlich haben sie nochmal, sind sie nochmal reingegangen in die Verhandlungen. Letztendlich sind ja viele Faktoren dann auch da mit am Tisch, aber insbesondere zeichnet sich eben ab, Bundestag gegen Bundesregierung, beziehungsweise speziell gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja verantwortlich ist für den Entwurf, für diesen Kabinettsentwurf dieses Gesetzes und diesen ganzen Unsinn da reingeschrieben hat, ja, und halt sich völlig beratungsresistent gezeigt hat an vielen Stellen und die Probleme gar nicht begriffen hat, ja, oder gemeint hat, dass da eine super Idee ist, wenn ehrenamtlich organisierende Leute im Cannabisverein keinen Cannabis konsumieren dürfen im Verein, ja, sondern lieber zu Hause machen sollen, dann ist alles irgendwie auf Lauterbachs Mist gewachsen und die vernünftigen Leute im Bundestag wollten ihn da halt jetzt wieder einfangen und mit ihm verhandeln und deswegen ist halt jetzt diese Verschiebung zustande gekommen. Wir haben auch überlegt nochmal zu protestieren, ja, nochmal zu sagen, okay, wir möchten diese Verhandlungen nochmal ein bisschen fördern, nochmal ein bisschen anschieben und so weiter, aber manchmal müsst ihr auch vertrauen, wenn ich halt da nicht rangehe sozusagen oder entscheide, okay, das macht jetzt keinen Sinn, dann macht es keinen Sinn, ja, wenn es Sinn macht, Aktionen zu starten und Proteste loszutreten und so weiter, dann machen wir das. Haben wir ja gerade beim Bundesrat auch gemacht mit unserer E-Mail-Aktion, auch recht erfolgreich, ja, wo man wirklich auch einen Impact gesehen hat, ja, Veränderungen gesehen hat. Hier war das nicht der Fall und es ist ja auch jetzt so, zusammen mit dieser Information fast gleichzeitig, dass diese Verabschiedung verschoben worden ist, ist auch die Info rausgegangen, heute und gestern, dass die Verhandlungen beendet sind. Also es gibt gar nichts mehr zu beeinflussen. Die haben sich geeinigt, Bundestag und Bundesregierung, auf eben bestimmte Punkte, die noch verändert werden sollen, die aber noch nicht bekannt gegeben worden sind, ja, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt, das wäre ja gut oder vielleicht hinnehmbar, haben wir jetzt geschrieben, auch mal gesagt, wenn entsprechend noch wirklich deutliche Verbesserungen am Gesetzentwurf da sind. Sonst ist es eben nicht hinnehmbar, ja, weil natürlich jeder Monat irgendwie, der da ins Land geht, sofort wieder zehntausende Strafverfahren, wenn es sich bringt und drei Monate Verschiebung, die jetzt im Raum stehen, sind mehr als 10.000 Strafverfahren, die da zusätzlich gegen harmlose Cannabiskonsumenten eröffnet werden und die natürlich jedes einzelne ein Problem ist und jedes einzelne unsinnig und unnötig ist. Und dann will man natürlich schon auch ein bisschen Fortschritte sehen. Lauterbach selber hat zwei Dinge genannt, die sich nicht verändert haben, ja, die er ganz stolz als Erfolg verkündet hat, nämlich, dass weiterhin essbare Cannabisprodukte verboten bleiben sollen. Ich nehme an, nur in den Clubs, da ist das konkret so definiert und ausformuliert im Gesetz, wie das privat ist, ist unklar im bisherigen Gesetzentwurf, aber er sagt, ja, das soll dabei bleiben, ja, und die Gesundheitspolitiker hätten da Wert drauf gelegt und, naja, er hat selber Wert drauf gelegt, das ist der Einzige, den ich gehört habe, der das irgendwie wichtig fand, die Edibles weiter zu verbieten. Und genauso, dass man nicht in den Clubs konsumieren darf, Cannabis konsumieren darf, ja, im Cannabis-Club. Ja, also auch vollkommen Lauterbach-Idee irgendwie, das habe ich auch von keinem anderen gehört, dass das irgendwie Sinn machen soll, aber er ist ganz stolz, dass das jetzt irgendwie verhandelt wurde, ja, obwohl ja eigentlich das Ergebnis ist, dass das genauso bleibt, wie es war. Also das ist natürlich kein Fortschritt, ja, sondern seine Abwehrschlacht, ja, seinen Unsinn hat er da verteidigt, hartnäckig, ja, und stur gegen alle Änderungswünsche der Fraktionen. Aber er hat natürlich andere Dinge nicht genannt, ja, das sind natürlich nicht die einzigen Veränderungen. Das können die Ampel-Politiker im Bundestag, ja, unsere Vorkämpfer, die drogenpütschen SprecherInnen, sich gar nicht leisten jetzt, da nichts zu liefern so an Verbesserungen und trotzdem diese Verschiebung irgendwie befürwortet zu haben. Nur hat Lauterbach eben die anderen Punkte nicht genannt, die Verbesserungen nicht genannt, weil er die selber als Verschlechterung empfindet, weil die gegen ihn durchgesetzt werden mussten und dann hat er natürlich die dann selber in seinem eigenen Statement auch nicht verraten, sozusagen. Ich bin mir aber sicher, dass Verbesserungen auch im Gesetz stattgefunden haben. Damit sind alle Ampel-MDBs angetreten, die drogenpütschen Sprecher, und, ja, wir warten jede Sekunde darauf, dass tatsächlich diese Einzelheiten, wo sich was verbessert hat, verkündet werden. Ja, deswegen drehen wir auch schon relativ spät heute, wenn man guckt hat, kommt die Information noch, kommt sie nicht. Das kann sein, dass zum Release-Video wir schon nicht mehr ganz aktuell sind. Es lohnt sich gerade richtig sehr, die Accounts von den drogenpolitischen SprecherInnen mal zu verfolgen. Carmen Weggel, Kirsten Kappert-Gonther, Christine Lüttke, da ist jetzt jeden Moment, zumindest über das Wochenende zu erwarten, dass die raushauen, welche Verbesserungen aus ihrer Sicht vereinbart worden sind. Ich kann hier leider nicht mehr dazu sagen. Ich gehe aber auch davon aus, dass jetzt keine riesigen Würfe sind. Das hat das ganze Gesetz jetzt auf einmal, abgesehen von den zwei Punkten, die Lauterbach gebracht hat, voll in unserem Sinne geregelt ist. Das ist eben nicht zu erwarten bei diesem zähen Kampf, den man da sieht, mit Lauterbach und seinem Ministerium und dem Klein-Klein, worüber die da reden, dass jetzt da ganze Problembereiche komplett abgeräumt worden sind. Von daher werden wir sicherlich weiter kritisieren. Also wenn wir sagen, wir haben diese Verzögerung hingenommen, um eben noch ein paar Verbesserungen zu sehen, heißt das nicht, dass wir das gut finden. Weder die Verzögerung noch das Gesetz, was am Ende da steht. Ich gehe schwer davon aus, dass nach wie vor dicke Klopper da drinstehen, die unsinnig sind, immer noch überzogene Strafen und alle möglichen Tatbestände, die nicht beschraft gehören, die nicht illegal zu sein haben. Irgendwo dazwischen würde es sein. Das würde dann das Beste sein, was erreichbar war in dem Zusammenhang. Wir haben nochmal richtig Gas gegeben in den letzten Wochen eben im politischen Betrieb, wie sich das gehört, eben mit der Anhörung und so weiter und der Stellungnahme. Da haben wir unsere Duftmarke hinterlassen. Aber wir haben natürlich auch schwere, wichtige, gewichtige Gegner, die auch viel Medienpower haben, wie Bundesärztekammer oder so, die rauf und runter ständig zitiert werden, wie gefährlich Cannabis ist und vor denen dann auch so ein Mysterium Angst hat, dass sie dann irgendwie als die Kinderzerstörer irgendwie wahrgenommen werden, wenn sie das jetzt irgendwie zu locker machen. Also auch das spielt natürlich eine Rolle. So, jetzt steht im Raum 1.3. oder 1.4. für das Inkrafttreten. Wundert man sich ein bisschen, weil eigentlich soll Mitte Dezember trotzdem jetzt der Bundestag entscheiden. Das ist quasi der neue Zeitplan im Bundestag. Ist also vier Wochen verschoben und nicht jetzt gleich drei Monate. Und das hat dann damit zu tun, dass der Bundesrat, der ja nochmal Stellung nehmen kann zum Ende des Gesetzgebungsverfahrens, im Januar nicht tagt, die Frist im Dezember nicht mehr reicht und dann erst im Februar darüber beraten, debattieren, entscheiden kann. Und dann muss der Bundespräsidenten auch unterschreiben und das Ganze im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Also deswegen sind jetzt Daten von 1.4., 1.3. in der Diskussion. Und das wird sich auch nicht mehr jetzt großartig verbessern lassen. Ja, das ist natürlich Mist wegen der vielen zusätzlichen Strafverfahren. Aber andererseits, wenn ihr uns in fünf Jahren nochmal darauf angesprochen hättet, wir hätten das Gesetz genauso befürwortet, wie in der Kabinettsfassung war oder ist, um sofort eine Umsetzung zu kriegen, um auf jeden Fall den 1.1. zu haben. Wenn wir da jetzt super krass getrommelt hätten, nachdem wir vorher in der Stellungnahme gesagt haben, hätten wir bitte schön alles geändert haben wollen, ja, und dann aber, wenn es dann aber länger dauert, ja, dann gebt uns halt das Schrottgesetz irgendwie, damit wir zwei Monate früher fertig sind. Da würdet ihr uns in fünf Jahren auch für töten, sozusagen, ja, wenn ihr dann seht, was das alles für ein Murks ist und wenn wir wenigstens damit jetzt noch ein paar kleine, aber wesentliche Verbesserungen durchsetzen konnten, dazu beitragen konnten, sozusagen. Und natürlich auch die Ampelvertreter, die da sich auch ihr Bestes gegeben haben, wahrscheinlich selber auch enttäuscht sind, was das Ergebnis angeht. Aber da will ich auch nicht vorgreifen, das werden wir ja sehen, wenn die sich jetzt wirklich äußern. Ich gucke am Ende der Sendung mal kurz rein, ja, ob da irgendwelche Nachrichten sind. Dann können wir da nochmal zurückspringen und dann sage ich nochmal, was konkret sich geändert hat. Ansonsten müsst ihr selber mal die Kanäle verfolgen, was da jetzt kommt. Säule 2 kann ich nur ansprechen. Dazu ist Lauterbach auch gefragt worden, also dieses Projekt 2 der durchregulierten Kette vom See-to-Sale, ja, von der legalen Produktion bis zum Verkauf im Cannabis-Fachgeschäft soll es ja regionale Modellprojekte geben, die dann auch EU-konform sein sollen, weil es dann Wissenschaft ist und nicht Wirtschaft sozusagen. Da hat er sich schwiemelig geäußert, der Lauterbach, und gesagt, dass bereits regierungsinterne Abstimmung dazu im Gange wäre. Ja, aber im Frühjahr hat er uns noch erzählt, dass nach der Sommerpause dazu schon ein Gesetzentwurf kommen soll. Ja, müsste also längst auf dem Tisch liegen, ja, und jetzt sagt er, wir sind schon regierungsintern im Abstimmen bei dem Thema. Ja, wir reden schon drüber. Das ist natürlich ein bisschen mau, ja, ein bisschen ausweichend irgendwie, kommt scheinbar auch nicht so richtig vorwärts, die ganze Säule 2-Sache. Und da kann man auch nur bangen, sozusagen, dass sie das noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Also ein glaubwürdiges Bekenntnis von Lauterbach zu diesem Projekt hätte anders ausgesehen, sag ich mal. Gleichzeitig haben wir aber nach wie vor auch wieder einen Druck von unten und die Nachfrage danach. Und die Stadt Düsseldorf hat im Stadtrat jetzt entschieden, dass sie eben so ein Modellprojekt machen wollen und hat die Stadtverwaltung von Düsseldorf angewiesen, alles zu tun, um sich vorzubereiten auf die Teilnahme an diesen Modellprojekten, obwohl weit und breit noch kein Gesetzentwurf dafür irgendwie zu sehen ist. Und das kann nicht schaden, ja, nochmal an alle Lokalpolitiker, mach ruhig solche Beschlüsse irgendwie und erhöht damit den Druck auf Lauterbach, da er doch noch liefert, ja, weil so ganz in trockenen Tüchern scheint mir dann nicht zu sein. Dann kann ich noch einen Richter zitieren, der auch schon, schon mal vorweg sozusagen unterwegs war bei einem Urteil, obwohl er eigentlich gegen dieses Gesetz ist, ja, gegen die Liberalisierung von Cannabis. Und so war auch die Überschrift in Oberpfalz Echo Kiffen erlaubt, Jugendrichter hält neues Gesetz für grundverkehrt. Und trotzdem hat er einen Typen irgendwie laufen lassen mit 10,9 Gramm Hasch, ist jetzt nicht die Welt, aber der hatte irgendwie ordentlich Vorstrafen und so und wäre jetzt, wenn jetzt ein, zwei Wochen Dauerarrest fällig gewesen, heißt das in dem Artikel. Und der Richter hat den dann aber straflos gelassen und gesagt, ein Urteil wäre das Papier nicht wert, auf das ich das jetzt schreiben würde. Die Vollstreckung ist eventuell nicht mehr möglich. Die Justiz rechnet in wenigen Monaten mit dem Inkrafttreten der neuen Cannabis-Gesetze. Bis zu 25 Gramm Eigenbesitz wären dann nicht strafbar. Also die Richter haben schon ein bisschen Spielraum offensichtlich, auch in dem Zusammenhang ein bisschen vorweg zu denken und die Leute da schon mal irgendwie ein bisschen entspannter anzugehen. Während zum Beispiel Marco Buschmann als Justizminister jetzt nicht dafür sorgen kann, dass die Polizei auf einmal aufhört mit der ganzen Verfolgung der Konsumenten, so per Allgemeinverfügung oder so, ja das wünschen sich natürlich auch gerade viele, von wegen wenn es jetzt schon wieder ein paar Monate dauert, ja dann hört mal eben, hört schon mal auf mit der Verfolgerei. Aber das geht nicht so einfach, weil das eben Strafrecht ist und damit das Legalitätsprinzip in Deutschland gilt. Die Polizei muss handeln, wenn sie Straftaten bemerkt. Ja, die können ja nicht weggucken und machen sich selber strafbar sozusagen, die Polizisten. Und das kann man auch nicht mal eben mit der Verfügung vom Justizminister auflösen. Ja, das ist ein grundlegendes Rechtsstaatsprinzip irgendwie und dafür braucht man eine Gesetzänderung. Deswegen haben wir am Anfang gesagt, ja mach die kleine Gesetzänderung schnell, ja lass die Leute in Ruhe da irgendwie mit ihrem Programm und dann können wir uns über den Rest in Ruhe unterhalten. War nicht durchsetzbar, die wollten halt unbedingt in einem Rutsch machen. Jetzt sind sie doch mit mehreren Säulen zugange. Naja, so ist es halt. So viel dazu vielleicht erstmal. Also wie gesagt, wir werden natürlich weiter dranbleiben. Wir werden die offenen Baustellen weiter kritisieren. Und ob es am Ende was zu feiern gibt, Mitte Dezember, mag jeder selbst entscheiden. Es wird sicherlich Dinge geben, die sich verbessern. Mindestens eben mit ein paar Gramm legal durch die Stadt zu laufen, wird ein ganz anderes Gefühl sein für die meisten. Aber man wird sich auch über viele Dinge ärgern können. Dazu passen vielleicht noch, wir haben mal wieder unsere Umfrage per Infotest D-Map gemacht. Nummer 2023, die zehnte, jetzt in Folge seit 2014, jedes Jahr praktisch die gleiche Fragestellung mit nur kleinen Veränderungen im Vorspann sozusagen dieser Frage. Und da geht es um die vollständige Legalisierung. Also sind sie für die Regulierung des Cannabis-Marktes mit Fachgeschäften für Erwachsene wie in Kanada. Ja, und das Ergebnis war mir wieder mal ein Putt. Und zwar diesmal ganz genau 47 zu 47 Prozent dafür. Und dagegen für Legalisierung, gegen Legalisierung 47 zu 47. Das ist natürlich ein bisschen zäh, weil das jetzt auch heißt, dass jetzt zum dritten Mal in Folge in ähnlichen Bereichen diese Umfrage ausgegangen ist, nachdem in den Jahren davor doch insgesamt eine ordentliche Steigerung stattgefunden hat. Wir hatten 2014 eine Zustimmung von nur 30 Prozent. Ja, jetzt sind wir bei 47. Das ist natürlich in zehn Jahren schon auch eine ganz ordentliche Steigerung. Aber ich würde natürlich gerne auch mal eine absolute Mehrheit sehen. Ja, über 50 Prozent Zustimmung. Das ist immerhin zweitbeste Ergebnis. Wir hatten einmal 49, jetzt 47 Prozent. Naja, und ich habe auch schon Kommentare gesehen, die gesagt haben, ja, ich hätte es mir eigentlich schlimmer vorgestellt noch nach dieser ganzen Anti-Kampagne. Ja, wie gesagt, reichweitenstarke, mächtige Gegenspieler wie Bundesärztekammer und Polizeigewerkschaften und so weiter, die halt Leute kirre machen. Ja, wie schrecklich das ist mit der Legalisierung und mit dem wahnsinnig gefährlichen Cannabis. Da hätte man auch erwarten können, dass die Zustimmung vielleicht sogar runtergeht. Aber das war eben auch nicht der Fall. Das Ganze ist stabil geblieben. Insofern, ja, kann man wieder sagen, das ist halb voll, das ist halb leer. Aber ich würde gerne noch mal ein paar Prozentpunkte mehr sehen und mal endlich eine richtige Mehrheit haben. Man muss aber auch sagen, jetzt, alle Politiker, die jetzt hier zugucken, von der anderen Seite, ja, was wohl auch vorkommt, mit dieser Umfrage kann man jetzt nicht diesen aktuellen Gesetzplan torpedieren von Lauterbach da, weil da geht es ja gar nicht um Legalisierung, wonach wir hier gefragt haben, mit Fachgeschäften für alle und so, sondern das ist ja eher Entkriminalisierung, weil Lauterbach da vorhat, vom Besitz und ein paar Pflanzen. Und da haben wir eine satte Mehrheit für. Da haben wir 2018 59 Prozent Zustimmung schon für gehabt, eben Konsumenten in Ruhe zu lassen mit ein paar Gramm Gras. 2017 waren dann 52 Prozent, also dann 59, 2018 haben wir aufgehört zu fragen, weil klare Mehrheit für Entkriminalisierung, ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr groß zu verfolgen, das haben wir geschafft und insofern kann die Ampel da auch mal loslegen, ja, was den Kram angeht, was sie jetzt da gerade machen, haben sie die Mehrheit, ja, können sie auch mal was entspannen, müssen sie gar keine drastischen Strafen irgendwie hinschreiben für Leute, die 26 Gramm haben oder was. In den USA haben wir endlich mal wieder ein bisschen Bewegung, endlich ist die Zahl der legalisierten Weltbevölkerung mal wieder gestiegen. Es gab eine Volksabstimmung im US-Bundesstaat Ohio. Die haben Cannabis legalisiert mit Fachgeschäften für alle, die dann irgendwann demnächst mal kommen. Mit 11,8 Millionen Einwohnern, die die haben, ist dann die legalisierte Weltbevölkerung jetzt auf 218,8 Millionen Menschen gestiegen. Und damit ist auch die 50-Prozent-Marke überschritten. Laut unseren amerikanischen Kollegen, die feiern jetzt im Prinzip, dass damit dann demnächst mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung in Staaten wohnt, die Cannabis legalisiert haben und eben entsprechend legal zugänglich gemacht haben. Was natürlich auch sich dann wieder die Frage anstößt, was ist denn da mit Bundesebenen? Wieso legalisieren die nicht endlich mal in den ganzen USA? Immer dieses Klein-Klein mit den einzelnen Bundesstaaten. Auch dieses Jahr wieder so ein bisschen gekleckerst du vor sich hin. Das geht jetzt schon auch ewig so und kommt nicht richtig vorwärts. Aber da tut sich wenig. Die beiden Regierungen will nach wie vor nichts ändern an der ganzen Sache. Die lässt die Bundesstaaten gewähren, aber will nicht auf Bundesebene legalisieren. Leider, obwohl auch Umfragerekorde da zu verzeichnen sind. Also zum ersten Mal haben 70 Prozent der US-Bürger bei einem renommierten Umfrageinstitut gesagt, sie sind für die Legalisierung. 70 Prozent Zustimmung. Und trotzdem will die Bundesregierung da, jedenfalls die beiden Regierungen, nichts ändern an der grundsätzlichen Strafbarkeit von Cannabis oder dem Verbot von Cannabis. So, noch ein bisschen Ortsgruppenfunk. Wir haben mal wieder ein paar Meldungen gekriegt. Schöne Aktionen vom Ortsgruppe Bergisches Land und Düsseldorf gemeinsam. Wir haben eine Briefvorlage erstellt an die MDBs der Ampelfraktionen in den beiden Regionen. Und die Grundlage war die schriftliche Stellungnahme des DHV. Haben also die wichtigsten Punkte da rausgenommen, haben nochmal einen Brief für sich selbst formuliert und denen gesagt, ja, wir sehen das halt auch. Das sind die wichtigen Punkte, da muss noch was passieren. Haben die HV-Flyer beigelegt, Sticker dabei gelegt. Der Brief sieht total professionell aus. Die haben auch diese Abständekarte nochmal reingepackt da. Ja, auf die nehme ich gar nicht gekommen. Ich habe die nur verlinkt. Schön als Bild mit den ganzen roten Stellen da und so. Sehr schön gemacht. Super Aktion. Jetzt aber im Prinzip, wie gesagt, wird das nichts mehr bringen, weil die Einigung eben stattgefunden hat. Bei der Expertenanhörung am 6.11. im Paul-Löbe-Haus war dann die Ortsgruppe Berlin zusammen mit dem CSC Highground aus Berlin dabei vor Ort. Die haben also stundenlang vor der Tür in der Kälte gestanden, vor dem Paul-Löbe-Haus, wo die Anhörung stattgefunden hat. Und die waren auch immer noch da, als ich dann irgendwie deutlich nach Ende der Anhörung rausgekommen bin, nach ein paar Gesprächen, die ich dann auch geführt habe. Super Einsatz da von den Leuten. Also auch die Politiker, die rausgekommen sind, haben die dann noch das Stehen sehen mit Plakaten und so. Ja, Support auch vor der Tür. Coole Sache. Und dann haben wir noch ein paar Bilder gekriegt von der Ortsgruppe Rhein-Neckar, vom Infotisch in Heidelberg. Muss ich mal tief durchatmen, damit Zeit ist, die ganzen Bilder kurz durchlaufen zu lassen. Und dann komme ich zu den Terminen. Das geht ganz schnell heute, zwei Termine. In Halle ist Vorlesetag, der Ortsgruppe in Halle. Wir lesen Hanfgeschichten. Deutschland weiter Aktionstag, Vorlesetag. Halle macht immer mit bei den Aktionstagen. Freitag, 17. November. Heute, 17 bis 19 Uhr, ist schon vorbei. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und in Mannheim gibt es den offenen Hanftisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar am Dienstag, den 21. November. Das war's schon. Ja, das übliche Zeug. Ja, like den Video. Knutsch den Kanal und alles. Und dann wünsche ich euch niemanden noch einen schönen Tag und einen grünen Abend. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Tag. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.